Seit Anfang 2023 hat Kroatien nicht mehr Kuna als Währung, sondern den Euro. Lästiges Geld wechseln vor dem Urlaub ist damit also Geschichte. Hinzu kommt, bei der Einreise da fallen die Grenzkontrollen weg. Was sich erstmals wie eine Reihe von Vorteilen anhört, hat aber einen bitteren bzw. einen teuren Beigeschmack. Wie viele Krone-Leser berichten, ist es in dem beliebten Urlaubsdomizil inzwischen teurer als in Österreich. Vor allem die Preise in den Restaurants lassen die Urlaubskasse ganz schön klingeln. Für eine Pizza können sie sich rund 18 Euro richten. Wenn es ein Steak sein darf, dann müssen sie da noch 20 Euro drauflegen. Auch vor dem Supermarkt machen die hohen Preise nicht halt. 4,50 Euro für eine Butter, also fast doppelt so viel wie in Österreich. Das gleiche gilt für Espressi oder die Preise am Markt, wie ein Lokalaugenschein unserer Leser zeigt. Erschreckend ist das vor allem deshalb, weil Kroatien für Österreich ja immer ein vergleichsweise günstiges Urlaubsland war. Weitaus günstiger wie etwa Spanien, Frankreich oder Italien. Die Gründe dafür sind in Kroatiens Geschichte zu finden. Das Land hat stark unter dem Balkankrieg gelitten und musste sich danach quasi neu erfinden. Auch das Durchschnittsgehalt der Kroatien und Kroaten spielt mit hinein. Bisher lag dieses bei rund 174.000 Kuna. Das entspricht jetzt umgerechnet rund 23.000 Euro, also weit weniger als in Österreich. Die hohen Preise durch die Euro-Einführung stören also nicht nur Touristen, sondern auch die Kroatinnen und Kroaten selbst. Von Spargel um schwindelerregende 15 Euro pro 250 Gramm und Kirschen vom Markt um 15 Euro das Kilo berichten auch kroatische Medien. Und nicht nur Lebensmittel werden zusehends teurer. In der Touristenhochburg Dubrovnik, da dürfen Autofahrer nämlich saftige 40 Euro für ein Tagesticket zahlen. Wer dann in der Hitze des Gefechts womöglich sein Parkticket verliert, der darf dann nochmal 150 Euro drauflegen. Was die Autofahrer ärgert, freut den Besitzer des Grundstücks umso mehr. Er hatte eigentlich den Bau eines Bürogebäudes an dieser Stelle angekündigt. Doch der Parkplatz rentiere sich jetzt mehr. Dass sich einzelne Unternehmen an dem Währungswechsel bereichern wollen, will der Staat aber jetzt verhindern. Wer zu Unrecht Preise erhöht, mit der Euro-Einführung also quasi einfach dazu verdienen will, der muss Strafen zahlen. Dafür sorgen regelmäßige Kontrollen der Marktaufsicht.